Bahn ist Mode und bahnbrechende Mode finden Sie immer wieder in Ihrem Goet-Fahrenhaus. Und ein Eindruck von dieser bahnbrechenden Frühlingsmodeliebe-Zuschauerinnen und Zuschauer gibt Ihnen das neue Mode-Journal von Bob, das diese Tage mit der Post in Ihrem Briefkasten kommt. Für Sie ist der Zug aber noch nicht abgefahren, wenn Sie jetzt im Besuch in Ihrem Goet-Warenhaus machen. Die Auswahl an fröhlicher Frühlingsmodel ist gross und man kann wieder gewinnen. Mit einem kleinen Glück nämlich im Jackpot-Wettbewerb oder bei der grossen Verlosung. Und was kann man gewinnen? Reisen mit der SBB und verschiedensten SBB-Reisegutsche. Und mitmachen können Sie in allen Goet-Warenhäusern. Unser heutiges Rezept kommt aus China. Das Ei am Campur macht man dort in so einem Wok. Es geht aber auch eine Brotpfanne dazu. Geschnetzeltes Boulet-Brustfilet wird in einer Marinade aus Wasser, Maizena, Eiweiss, Salz und Öl eine halbe Stunde bis eine Stunde eingelegt. Anbraten bis es weiss ist und wieder aus der Pfanne genommen. In wenig Öl, fein geschnittenen Lauch, Peperoni, Riebli, Bambussprossen und chinesische Pilze 5 Minuten bröteln. Dann das Boulet-Fleisch wieder dazugeben. Und miteinander vermischen. Die Marinade wird mit Wasser und Sojasauce aufgerührt und dann mit dem Fleisch und dem Gemüse kurz aufkocht. Das Ei am Campur sollte man sehr heiss auf den Tisch bringen. Zum Beispiel mit einem Drogenreis. Das lustige chinesische Rezept finden Sie in der Koop-Zeitung dieser Woche. Und ich wünsche viel Vergnügen. Zum Anfang der aktuelle Preisschlager. Die Koop Blumenabteilungen offerieren Ihnen schöne Osterglockenstries für nur 2,90 €. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Koop. Koop-Bohnen-Kaffee Jubilor 250 Gramm statt 4 Franken nur 3,50 €. Und Jubilor-Wack 500 Gramm statt 18 nur 7,10 €. Arni Schocke im Duplo-Pack statt 280 nur 2,10 €. Alimidi-Gonfi im 450 Gramm Glas 40 Rappen günstiger. Eine Flasche an 4 kg Komfort-Gwebeverrädler statt 97 nur 6,50 €. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag Brüsseler Schicoré den Beutel an 500 Gramm für nur 1,40 €. Auf Wiedersehen. 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 Auf Wiedersehen.